So, da kommen wir zum finalen Gang. Ausrüsten. Müssen wir uns ja auch noch mit irgendwas. Was ist denn du Schriftländer? Genau. Genau, hier. Ich hab's schon gesehen. Beim Speichern 136 Minuten. Das heißt bis 180 darf ich. So, gehen wir jetzt hier runter. Ich glaub hier unten war auch einer. Hätte ich auch machen können. Aber ist ja egal. Ist ja in dem Sinne egaler. So, da brauchen wir jetzt da. Vorseiten hier. Eichenpudel. Nein. Da brauchen wir jetzt. Schneewittschienen. Sicher. Sicher. Nein. So, dann brauchen wir jetzt noch das letzte. Die große Mählingfrau. Spielen wir ab. Genau. Und nicht vergessen, diesen Schlüssel hier. Man kann das auch vorher machen. Ich mach das immer danach. Irgendwie so eingeprägt. Und dann geht's natürlich die Treppe hoch. In den zweiten Stock. Oh, sieht aus wie bei Resident Evil. Die kleine Treppe. Und dann rechts, links eine Tür. Nein, diesmal nicht. Hihi. Diesmal nicht. Diesmal gehen wir gleich hoch. Genau. Schließen wir auf. Nein, war nicht hier. Oder doch. Doch ist es. Okay. Ich hab mit einer größeren Tür gerechnet. So, dann schauen wir hier. Wie geht. Stellen wir uns direkt vor dem Videorekorder. Schauen wir uns mal das Tape an. So, dann kommen wir kurz. Gehen wir wieder raus. Und... gehen wir runter in den zweiten Raum. Na klar. Ja, ja. Die Musik hier. Uuuuuh. So, und dann müssen wir hier mal wieder raus. Und dann müssen wir... Hörer führen. Die Kamera. Die macht fast well. Und... Dann gehen wir jetzt hier rein. Die letzte Tür. Kommen wir dann wieder raus. Dann kommen wir... Da rein. Und... Ah, gute Frage. Welche Tür? Ah, stimmt. Es war diese Tür. Nicht diese Tür, sondern dieser Fahrstuhl. Nein, das hängt wirklich auf. Taps, taps, taps im Fahrstuhl. Oh, so viele Schritte bräuchern in den Fahrstuhl. Dabei ist er so klein. So. Jetzt fahren wir jetzt runter. Keine Panik kriegen hier. Nein. Das Wasser steckt. Einige Schritte bräuchern. Eine Stunde ist er drin. Genau. Wir können da... schnell hier rum um die Möbel. in die nächste Tür. In die nächste Tür. Taps, taps, taps. Oh, da braucht er aber länger. Wahrscheinlich, weil... ein bisschen Wasser hier. Aber ist auch egal. Aber ist auch egal. Wir gehen wieder links. Genau. Genau. Genau hier hinten müssen wir hin. Und treffen auf Angela. Das letzte Mal. Das letzte Mal. Dran. Renden. L1, R1. Und Treppen hoch. Das... wird jetzt wieder... Ach ja. Was wird denn hier? Schon einen Schritt... noch weiter voraus als gedacht. Nein? Nein. Zu weit. Ich bin ja hier drin. Ah ja. Den Wege muss man schon irgendwie kennen. Selbst kennen. Wenn man... Ach. Doch. Ich hab mich getroffen. So. Jetzt sind wir jetzt hier. mit den neuen Dingern. Kann man speichern. Wenn er möchte. Wäre auch für mich ne gute Gelegenheit gewesen. Aber ich sag mir nein. Ich hab schon. Genau. Jetzt bringen wir das letzte Mal Angelo um. Äh. Nicht Angela. Das wird etwas schwieriger. Gute Sicht. Gute Sicht. Oh shit. Und weg. Wo, 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 wo. Das war schon wieder zu nah. Ah. Betroffen. kann ich nicht sagen da kommt so viele Kräste ganz schön Wasser pusten wir irgendwie nein du erwisch mich nicht und zack jetzt haben wir es geschafft tadaaa um nochmal 2 Items zu bekommen nein und da komme ich nämlich her konnte das eigentlich so sehen ne irgendwie nicht ach sehste ja ich weiß wir Kätzchen machen können nochmal da dieses Ei rein irgendeine andere Tür das andere Ei somit sind sie vollständig so so oh da Mary wird ja egal wie jemand rauskommt hier gut die langen Gang entlang Mary was willst du, James? ich... ich bringe dir ein paar Blätter Blätter? ich will keine blöde Blätter einfach zurück ich bin schon zu Hause Mary was sagst du? schau ich bin schrecklich ich brauche keine Blätter nicht aussprechen lassen besonders wichtig für dich ist dieses Ende hier come on na komm denk mal lass dich mal die Kröle jetzt weg, oder? so so ah dich mal ist ein Bett so Waffenwechsel genau auch wenn sie dich mal im Bett liegt hindert es dich nicht nach nach woher Waffen du mit in 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 Das ist deshalb, dass ich hier gekommen bin. Das ist nicht wahr, ist es? Ich habe mich verletzt. Ich konnte dich nicht verletzten. Keine Entschuldigung, James. Ich weiß, dass ich auf dich war. Du hast mich verletzt. Das ist deshalb, dass du mich verletzt hast. Das ist wahr. Ich habe vielleicht ein paar von diesen Gefühlen. Es war ein langer, drei Jahre lang. Ich war... ...verweig. Und deswegen brauchst du diese Maria? James. Du glaubst wirklich, dass ich dich verletzt habe? Ich habe dich für was du gemacht hast. Ich habe dich verletzt. 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 Ja, ich habe dich verletzt. Ich habe dich verletzt. Kein萊 Erственный. Meinst 등y. Oh, da gibt es ja hoch bei. Da haben wir es ja doch geschafft. Da haben wir mein gewünschtes Ende, was ich haben wollte. Das war's. 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 Was, James? Ich will dich. Ich will dich mit mir. Du bist sicher? Komm schon. Wir sind hier. Was für Mary? Es ist okay. Ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe dich. Ich sehe diese Stadt. Silent Hill. Du hast mir gesagt, dass du mich da wiederholen kannst. Aber du hast nie. Ich bin jetzt allein. In unserem besonderen Ort. Ich wundere dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly lying here. Waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling. All I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die. I just didn't want to accept it. I was so angry all the time. I struck out at everyone I loved most. Especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this. I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. This letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me. But I can't bear for you to forget me. These last few years, since I became ill, I'm so sorry for what I did to you. Did to us. You've given me so much. And I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. Oh, James. You make me happy. Das Ende finde ich eigentlich am besten. Von allen Enden überhaupt. Weil er da nicht alleine davon geht. Aber bleib dran. Es geht noch weiter. Da war der Träbäta, Komsa. You better do something about that cough. So, da haben wir jetzt dieses Ende bekommen. Maria. Seht ihr, die Gesamtzeit ist schon mal sehr gut. Also die Schnelligkeit war ja top. Oh. Ich muss mehr Feinde schießen. Aber Schiffabschnitt. Ey, muss man sich doch mal reinziehen. Schiffabschnitt 1,43. Also ich werde besser. So ist es ja noch nicht. Ah, Gesamtzeit 288. Oh, das ist noch zu viel. Ja, ich habe mich ja auch ganz schön getraut. Irgendwie in diesen Dingern da. Von Objekte. Mhm. So mal interessant. Warum ist die Zahl in weiß? Warum nicht in gelb? Ich habe wesentlich weniger eingesammelt. Wesentlich. Um 30 Stück habe ich weniger eingesammelt. Aber Feind durchschießen geschlagen. 44. Aber durchschlagen? Ah, Mann. Das ändert ja nicht. Ich brauche noch mehr. Sagen wir mal, da sind es 55. 20 Feinde brauche ich mehr. Wo kriegt die denn her? Ganz ehrlich, wo kriegten die Feinde her? Das ist meine Frage. Aber bleibt dran. Es geht gleich hier weiter. So, nachdem wir uns das Video angeschaut haben, gehen wir wie gewohnt in den zweiten Stock. Aber wir nehmen diesmal etwas mit. Was wir ja vorher nicht mitgenommen haben. Und zwar hier. In diesen einen Raum. Mit den Kopfhübern. Wo man halt das Gespräch mit dem Arzt hört. Das müsste hier irgendwo sein. Der guckt hier hoch. Da haben wir es. Dann haben wir hier schon mal was erledigt. Und ich würde sagen, Wir sehen uns dann zum Endkampf. Beim finalen Kampf angekommen, zeige ich euch, dass es ein ganz anderes Ende wird. Aber mit dem gleichen Ablauf. Mit diesem Kalt. Weißen Charisma. Blutroter Ceremonie. Und verlorene Erinnerung. Diese vier Sachen einsammeln. Das seht ihr in den vorigen Parts, wo ich sie eingesammelt habe. Und dann einfach hier antreten. Oh, James. Maria, ich bin mit dir fertig. Was? Aber ich bin das, was du wolltest. Mary ist tot. Nichts verstehen Sie? Sie ist nicht zurückgekommen. Aber ich kann es dir sein. Ich werde hier mit dir immer wieder. Ich werde dich nicht verletzen. Ich werde dich nicht verletzen wie sie verletzen. Also, warum nicht ich mich? Weil du nicht Mary bist. Without Mary. Ich kann nicht weitergehen. Oh, James. Come on, James. You must be joking. Es geht nicht mal. Oh! Ah, weg! Weil wir ja einen ganz anderen Abspann haben diesmal. Das ist auch ein ganz anderes Ende. Dicke löse dich wieder mal. Und gucken wir uns mal das andere Ende an. Mary... Du siehst so... Entschuldigung. Entschuldigung. Aber ohne dich... Ich kann nicht weitergehen. Ich kann nicht ohne dich, Mary. Diese Stadt... Silent Hill... Die alten Gäste haben nicht diese Ort verlassen. Und sie immer noch die Macht zu denen, die sie verletzen. Macht, um sogar die Todesmacht zu verletzen. Die Stadt... Die Stadt... Die Stadt... Die Stadt... Die Kirche... Eröffne�ília pro Originabendorтьelle. Versch построение... So, jetzt haben wir ja ein paar... Andere Daten hier Ich hab auch ein paar Objekte mehr eingesammelt, aber irgendwie... vom Ende wiedergebohlt Sagschön Das Ende 2 von 4, was aber nicht stimmt Aber wenn ich dann nochmal das mache erscheint dann auf einmal Sozusagen würde Gäste das im Wasserende machen würde dann 4 von 4 stehen Aber ich hab dazu irgendwie nicht die Lust dazu das nochmal zu machen Ganz einfach Es ist wie dieses Verlassen ändern nur das man halt Angelas Messer angucken muss öfters nicht nur einmal und sonst ist das einfach nur das Tatsächlich warte mal 2 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 15 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 16 16 17